willkommen zurück zu einer weiteren folge call of duty modern warfare 3 kaputt ich würde auch sagen wir gehen direkt rein ja danke was soll ich jetzt sagen also danke für die ganzen bewertungen wie auch immer ja die unterstützung vom letzten video so meine ich die generelle wir können es so machen ich gehe da jetzt rein hier wird so ich bin dabei den perimeter zu sichern und alle erstes ziel erledigt ok loll ging ja alles gut ich weiß halt nicht wohin alles gut wo ist der kleine besser ad hoc davon ist den who uni okay 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 und Moment da habe ich ein jetzt auseinander genommen wurde ja im moment ist gut habe ich doch alles auseinandergenommen wurden was ist das ja habe ich doch an ich habe so ein paar pläne ich bin fast runtergefahren im herzschlag sind so ist angenehm und sagt er nicht so guck mal gucken ob alles gut läuft ja ich hoffe es läuft so verlieben ist auch ich war hatte mal runter sie kurz auseinandernehmen strahlungsniveau stabil noch holen sie nichts das stimmt doch nicht gerne weiter dazu gib uns update okay bro warte kurz chill ach bro wie ich heißen auf ihn ich bin ganz ehrlich ja wir lassen sie einfach nur dann will anscheinend nicht sterben ich weiß auch nicht dank auf den jetzt werde ich schlingeln hier nicht scheiße ist kaputt bodenluftgeschütz aufgestellt oh mein gott habe ich ich bin ein profi ich bin ein profisniper da ist doch kommen wer bist du kollege ich höre immer unter mir wo schießt er wo schießt er mir komm wir nehmen das wieder mit nein ich will das nicht mehr hallo nicht glücklich egal wir gehen runter es ist so keine Oh mein Gott, oh. C4. Geht das? Reichweite ist nicht gut. Kacke. Okay, 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 okay. Ich bin eigentlich ganz safe hier. Ich nehm hier raus, ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich sag mal, jetzt geht's okay, alles klar. Auch wenn ich nicht keines Kills habe. Ja, okay. Ja, okay, Bruder. Was ist denn für eine Teamlos, Alter? Oh, was war das denn? Er wurde einfach ab und ab auf mich verliebt. Wer bist du? Guck mal her. Mein Gott. Ich geh jetzt rein. Es ist so. Okay. Na, hier ein Panzerfaust. Wir schaffen das, wir schaffen das. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir nehmen die Panzerfaust jetzt mit. Wir schaffen den Parallel. Jede Menge Wumms. Okay, holen wir uns jetzt hier. Der Wuss. Verstanden, 6. Ein Ziel übrig. Halten wir Conny am Boden. Bravo 6, Achtung. Da ist ein gepanzerter Conny-Heli über dir. Und du was? Mehr Conny kommen. Pass gut auf dir. Oha. Äh. Okay, jetzt bin ich im Arsch. Das war's komplett. 07, 11. Welche Strahlungsänderung? Negativ. Das ergibt keinen Sinn. Sie sollten inzwischen im Reaktor sein. Kein Strom. Die Türen sind versiegelt. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Wow, was habe ich angestellt mit dem? Mein Ball ist gut gemacht. Guck mal mit, kann ich nicht sein. So, ich schon nur... Wie, uu. Ich schon nur alarm, ne? wo schießen die wo schnappern wo schnappern ja schön ok sehr schön was ist das hier wo ist einfach wo jetzt main yo 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 komm runter bro wow bravo 6 wir sind blind hier ist dein status an alle stationen von die schafft kanister aus dem werk negativ an alle bravo an alle bravo feuer doch diesen heli holst du ihn runter dritten an alle stationen konny extrahiert chemiewaffen konny hat das gas im heli wir verlieren um also ja ja bro Was soll ich dir sagen? Ich bin ein Captain, ey, oder? Ich bin Price, was ist das? Oh, weißt du, der Kattus. Lern uns, Boss. Durchhalten. Oh, shit. Von hinten ist ehrenlos, ja? Ich bin hier ungeschönt. Ich muss weg. Aber ich hab doch keine Links hier. Und wenn soll ich denn? Captain, wir sind oben. Ja, ich bin dabei, warte. Wenn Gas kommt, pack dir das Seil, Captain. Hör es. Bleib meine Hand. Hopp ihn. Zieh. Wir haben dich, Cap. Halte durch, genau. Cap. Cap. Halte durch, Cap. Scheiße. 6-2 an Watcher. Er braucht sofort Hilfe. Morgen, Sir. Schön langsam, Cap. Du bist dem Gas entkommen, aber du musst dich erholen. Bin okay. Kopfschmerzen? Übelkeit? Immer. Ihm geht's gut. Ich hatte Angst, dein Gesicht würde zerfließen wie bei den anderen am Schwein. Wenn du mich fragst, wäre das eine Verbesserung. Conny hat die Chemikalien? Richtig geraten. Makarov ist seit 6 Stunden draußen und uns schon voraus. Was verdammt ist in dem Gas? Reste von Barkovs Programm. Sarin. Hoch konzentriert. Viel tödlicher. Ein Behälter hat das ganze Gebiet verseucht. Sie haben noch genug, um ein ganzes Land zu töten. Und jetzt ist es in Pfarrers Hinterhof. Finden wir sie. Laswell, es waren chemische Waffen. Makarov hat hochkonzentriertes Sarin-Gas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Käpt'n wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Laswell. Wo sind die Raketen? Ich habe Pfarrers Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Pfarrer. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Pfarrer beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich breche nach Arklow auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastowianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Wir sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. 6 an Ghost. Am Sammelpunkt, wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Roger. Sekunde. Verdammt, Pfarrer. Wirkst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Ozykstan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern in Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. In nur 24 Stunden, seit Vladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flatter Kerl. Er macht verlorene Zeit, Wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft. Das sind Laufjungen in Kampfwesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Gravest hat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Pfarrer. Das sind wir alle, Käpt'n. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen. Aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnt uns. Da hängt viel mehr dran als Ozykstan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir sehen uns dann. Ich will auch schon eigentlich sagen, dass es das war mit der Folge. Wollten noch in der nächsten Folge direkt weiter. Da schaut in der nächsten Folge direkt wieder rein. Lasst die Bewertung der Abo da, ja. Wie ihr wollt, müsst ihr nicht. Reicht mir schon, wenn ihr es unterhaltsam findet. Einfach einen Kommentar unterschreiben. Vielleicht auch. Fertig. Ja. Es sind nur zwei Sekunden. Und äh. Ja. Ich dachte erst, dass es, äh. Wie soll ich sagen? Dass, äh. Das ist so schnell, dass die, diese eine Mission zu schnell, äh. Jetzt gerade die Mission zu schnell ging. Ich hab gesehen, 10 Minuten war ich durch mit der. Man muss dazu sagen, natürlich, ich hab ja, wissen was getestet. Ich hab die ganze Story nicht gespielt. Ja. Ich hab jetzt diese drei Missionen gespielt. Mehr nicht. Jetzt gehen wir blind rein. Wenn es länger wird, ist es auch nicht schlimm. Dann machen wir halt zwei Parts mit dieser einen Mission. Ist auch nicht so schlimm. Weil ich halt einfach wirklich das meiste rausholen wollte. Aus dem Game. Und mit der Aufnahme. Und ich sag mal so. Wenn man den Vergleich macht mit dem MV2. Jetzt. Mit den anderen Games. Ist das glaube ich schon eine gute Verbesserung. Natürlich geht immer besser. Aber. Man muss ja irgendwo den Anfang setzen. Ich will auch nicht wieder rumschmacken. Wir sind in der nächsten Folge. Schaut da rein. Und haut rein. Schuss.